so meine lieben leute willkommen zurück und wir spielen starlink immer noch mit starfox und jetzt kümmern wir uns erst mal eine pause mit hauptkampagne und kümmern uns um die starfox kampagne wenn cash und seine jungs das ist jetzt zwei der angriff der machen im ersten in ein paar folgen konnte ich halt nicht machen beziehungsweise schlecht hören zu geben jetzt sind aber fast in der nähe und versuchen ihn jetzt mal zu erobern ich bin gespannt so er befindet sich mit dieser basis hier dann ist man wieder die außentürme zerstören erst so lassen sie geschütztürme wir sitzen wir jetzt ein bisschen höher müssten wir es eigentlich schon ganz gut schaffen hier so ein bisschen aufpassen ich sehe gerade dass ich mich gar nicht so viel leben habe haha ok mehr oder was da ist der voll Du gewinnst. Ich verziehe mich. Oh. Oh, wer ist das? Starfox? Äh, Starbult? Du zerkatzt mein Schiff! Das Cash. Das Cash. Oh, will ich ein bisschen leben? Das ist gar nicht ganz so schwierig zu sein. Ach, nichts ist dieses Geräusch wert. So. Oh, irgendwo muss man auch mal machen. Was? So. Gut, fliegen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal. Wolf war ziemlich aktiv. Sein Team aus dem Lalit-System hat es ihm wohl schwer gemacht. Und ohne Andros ist Wolf auf sich allein gestellt. Ah, er ist nun also ein einsamer Wolf. Haha. Das Wortspiel war so schlecht. Mir wird ganz übel. Haha. Ich fand das witzig. Ich fand's auch eigentlich witzig. Ach, wer hat hier jetzt das Vogel her? Ach, diese, diese, diese Schamannack-Gespräche, die fehlen einem im, die fehlen auch so ein bisschen in diesem Spiel, weil die hat man ja vorher schon gehabt, bei den coolen Star Wars-Spielen. Oh nein. Äh, gut. Ich muss schon aufpassen, ich warte mal ein bisschen, dass mein Leben wieder voll wird hier, wenn der Energie-Schild hochgeht, so rum. So, wir sind da, glaube ich. Hey, Dot. Was machen diese Typen mit einem halben Prime? Oh Mann, das muss von der Expedition auf Haven stammen. Das kann gut sein. Wir haben in Forschungseinheiten. Ich frage mich, was mit Ihnen passiert ist. Sie sind zwar nicht hier, aber das Zeug gehört eindeutig Ihnen. Bist auf diese Maschine da. An die kann ich mich nicht erinnern. Versuchen wir mal. Ich weiß, was das ist. Das ist ein Toaster. Echt cool. Hey Starlink, wie wäre es mit etwas Hilfe? Mal sehen. So etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Früher haben wir Prospector das Eis auf Tundra abgebaut, um es als Wasser zu nutzen. Dieser Brenner war das perfekte Gerät dafür. Allerdings verbrennt man sich damit auch leicht die Blüte. Also haben wir es stattdessen die Insassen aus dem Eisbau erledigen lassen. Was ist der Eisberg? Eisbau. Das kälteste Gefängnis in ganz Atlas. Wenn ihr euren fälligen Freund finden wollt, solltet ihr dort suchen. Ein Gefängnis auf Tundria. Danke für den Tipp. Das sehen wir uns mal an. Das Gute ist ja, dass wir Tundria sowieso hin müssen. Denn wir müssen ja da die Basis aufbauen, die Starlink-Basis. Das passt natürlich ganz gut. Bei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Wollen wir den mal raus, ne? Ja. Oh, wissen wir auch nicht. Erfahren wir vielleicht noch. Ah, da ist er. Und das Schlimmste ist, sie sind zu dir nach Tundria unterwegs. Yes, da ist er, Starwolf. Ich bin gespannt. Hey Fox, laut der Sternenkarte liegt Tundria im Grenzlandsektor. Das wird bestimmt heftig. Stelle sicher, dass du gut ausgerüstet bist, bevor wir aufbrechen. So, wir gucken mal kurz auf unsere Karte. Und zwar müssen wir, das ist unbekannt. Unbekannt. Hier ist Sonatus. Hier ist Kirit, eben. Wireless, da müssen wir auch was aufbauen. Okay, warte mal. Wir müssen mal kurz mal auf unsere Karte gucken. Also, unsere Missionsdaten kommen ja gleich. Wir haben Arbing-Ausweichbooster bekommen. Der größte Eiswürfel der Galaxie. Schön warm anziehen. Okay, dann gucken wir uns mal ganz kurz an den Mod da. Was haben wir jetzt drin? 20% Handling. Okay. Hier haben wir 20% Handling. Was haben wir denn beim anderen da? 25% Reichweite beim Abrechen von Schüssen mit Arbing ausweichen. Ich glaube trotzdem mal dem hier. Das können wir austauschen. Was haben wir denn da genommen hast du denn das? Elementar, Resistenz. Wir nehmen mal das Legendäre. Ich will auch mal kurz gucken, ob wir unsere Modding-Sachen eigentlich mal erhöhen können. Schiffslabor. Alle Schiffe in deiner Sammlung erhalten einen zusätzlichen Mod. Das würde ich gerne haben. Kosten das. Machen wir. Hochentwickelte Waffen. Das kann man sich nicht leisten. Macht aber auch nichts. Mod fertig und veranlage. Das können wir gar nicht jetzt machen. Helfen wir mit der Elektromauslieferung. Das ist doch gut. Enthülle die Orte. All diese Abwehr hast du bereits. Okay. Fluchtantrieb. Wieder ein Musiken Outlaw-Basis auf der Schnellkasse, um per Schnellreise hinzureisen. Fangen wir. So. Genau. Jetzt gucken wir mal. Wir müssen ja zu irgendeinem Planeten hin. Also wir in unsere... Mal kurz unsere normalen... Hier gibt es ja Tundria. Das wäre das, wenn wir den Wolf nehmen würden. Ähm... Errichte eine Starting-Turm auf Wilde oder Tundria. Okay. Das heißt... Wenn das hier... Wilde ist... Dann muss Tundria hier in diesem Gebiet auch bleiben. Das müsste der hier sein. Genau. Da müssen wir mal hinfliegen. Gut. Ist mal 1,3 Millionen Kilometer entfernt. Da müssen wir mal hinfliegen. Das ist ein bisschen dumm, ne? Das ist mal ein Riesen... So, jetzt aber. Okay, es dauert natürlich, bis wir ankommen. Obwohl... Nee, warte mal. Wir sind ja gar nicht ganz dumm. Wir machen per Schnellreise-Aquinox. Waren wir uns schon mal 600 Kilometer. Ja, 600 Kilometer, sag ich schon. 600 Milliarden! So, und dann haben wir nur noch die Hälfte. Fliegen müssen. Fliegen jetzt hin. Ganz kurz gucken. Ob wir hier irgendwas noch machen können. Hatten wir nicht gerade was freigefaltet? Wir haben gerade die Modding-Bucht verbessert. Alle Waffen in der Sammlung erhalten einen zusätzlichen Becker. Platz, das haben wir doch gerade gemacht. Okay, aber das haben wir doch gerade gemacht. Alle Stücke erhalten einen zusätzlichen Bucht am Ort. Platz. Ach so, okay. Gut, gut. Das heißt, wir können da reingehen und... So, da können wir jetzt... Ähm, Kälterresistenz. Kälterresistenz ist doch nicht schlecht, wenn wir zum Eisplaneten unterwegs sind. Los geht's. Jetzt bin ich gespannt. Dauert ein Klammer, bis wir ankommen. Aber wir können natürlich die Wolf-Mission machen. Oder die andere Mission. Die, ähm... Das beledigen wir alles auf einmal, würde ich sagen. Das ist das Einfachste. Wir können auch noch Wireless gehen, aber ich bin, weil das waren wir schon. Deswegen ist es ein bisschen langweilig, nochmal so einen ähnlichen Planeten, den gleichen Planeten aufzusuchen. Wir suchen wir lieber einen anderen Planeten auf und haben dafür die Chance, uns den Planeten einfach mal anzuschauen. Äh... So, da blinkt doch nicht was. Ein paar Trümmer, die da liegen. Aber da haben wir jetzt keine Zeit für, denn ich will die Mission voranbringen. Und die Star Fox-Mission finde ich noch mit, mit einer der spannendsten. An die Widerstandskämpfer des Grenzlandssektors, die dachten, sie könnten die Legion aufhalten. Ihr müsst verrückt sein, denn meine Primes werden euch zu stark zermalmen. Okay. Unten stand ein ganz anderer Text, das was sie gesagt hat. Witzig. Hier kommen schon die Eis-Meteeroiden, die man sieht. Manövrieren. Und real. So. Eine ordentliche Ladung Elektrum ist gerade eingetroffen. Ey, 100.000. Gut, dass wir so viele Prospector freuen. Das ist gut, ja. Das wird wahrscheinlich auch alles immer teurer werden und teurer. Oh, so ist das. Wie im Echtling. Eine Marktwirtschaft, bestimmte Preis. Heiß begehrte, legendäre Sachen sind natürlich teurer als einfache Sachen. Okay. Ja, wir sind gleich da. Direkt runter auf den Planeten gehen wir. Ich finde schon ganz geil, diesen Anflug auf die Planeten immer. Ankunft auf Tandria. Die Legion-Präsenz ist derzeit überschaubar. Die Schneestürme dagegen. So, mach ich antriebe mal aus. Wollen wir mal die erste Basis hier ein oder? Gute Fall. Deine Waffe zerfetzt sie. Warnung. Kälteschaden, verstärkt den Gegner. Hey du, komm, lass uns tanzen. Ja, du hörst mir. Mit diesen Pennern kann man nur eins tun. Mit einem Fußbritt zurück ins All jagen. Gut gemacht. So, wenn wir die Basis mal kurz befreien hier. Die Waffe hat keinerlei Effekt. Okay. Die Wehrkraftschatz haben wir leider nicht. Gravitationswaffe haben wir leider nicht. So, man kriegt nicht alles hier. Schön, aber wir müssen da noch ein paar Gegner sein. Das ist, wir müssen das doch erobern können. Ja, wir müssen das doch erobern können. Oh. Herrschlein, herschlein. Unterquink. Ich bin erledigt. Na, das macht nichts, wenn man einen anderen. Oh, das ist schmerzhaft aus. Analyse. Das Nova kann leichter entfernt werden, wenn es mit Stasiswaffen anvisiert wird. Gibt es auch gar nicht. Oh, Sally. Was? Ja, was? Da, holt euch raus, was ihr könnt. Müssen wir beim Orbit nochmal starten. Nicht so schlimm. Gott sei Dank beim Orbit von dem Planeten. Hoffe ich zumindest. Ja, fliegen wir runter. Gucken, was wir da jetzt gleich erledigen können. Wie waren wir alle und so viele Leute ja wieder? Und wir gehen mal auf... Auf der Richtung. Nicht jeder Outlaw ist so charmant und freundlich wie ich. Wir tun Atlas einen großen Gefallen, wenn wir eines ihrer Verstecker aufliegen lassen. So, wir sind auf dem Planeten und können auch nichts entdecken. Müssten aber... Müssten aber hier wahrscheinlich der Eisblock. Andorff. Gehen wir mal kurz. Okay. Aber wir wollen jetzt erstmal, dass ein André markiert. So ein bisschen besser kämpfen hier, sonst wird es ziemlich schwierig. Wir werden wahrscheinlich Eiswaffen nicht so viel Schaden anrichten, weil wir alle Eiswaffen haben. Könnte man ja auch hier sagen, wir nehmen die andere Waffe. Wir schauen uns mal kurz an, was wir da noch aufsetzen können. Wir schauen uns mal an, was wir da noch aufsetzen können. So, unsere Hitze-Waffe müssen wir auch noch mal kurz angucken. Ganz prozent Reichweite ist zwar schön, aber hier ist natürlich auch nicht schlecht, wenn wir da die Hitze-Waffe reinpacken. So. Ich muss das mal an. Vorsicht hier rangehen. Auf unsere Kälte-Waffe wird ja hier nichts bringen in der Gegend. Datenentschlüsselung wird gestartet. Oh. Du bist an den falschen Ort geflogen, Mann. Hab keine Wahl, ich muss dich abschießen. Hey, schönes Schiff. Ich glaube, das nehme ich mir. Ja, du hörst mir. Ich mache ja gar keinen Schaden bei dem. Ich verbrenne. Scheiße, sie macht ihm keinen Schaden. Ah, ihr fehlt in uns? Schild runter. Warten, bis wir wieder aufgeladen sind. Noch Angriff starten. Mal kurz. Das nervt mich ein bisschen. Die Waffe bringt irgendwie keinen Spaß. Verstecken wir uns ja. Das nervt mich ein bisschen. Hm. Mann, die Mistkerle sind platt. So. So weit kommen sie nicht wieder. Gut. Fantastisch. Du beherrschst diese Waffe vollständig. Du solltest uns beibringen, wie du das geschafft hast. Beherrscht die Waffe vollständig? Das ist super. Was ist denn das? Waffe gemeistert, okay. So, tickodieren wir es jetzt nochmal. Schüsselung wird gestartet. Du bist an den falschen Ort geflogen, Mann. Hab keine Wahl. Ich muss dich abschießen. Hey, da ist ein neuer. Attacke. Autsch, das tat sich ja weh. Oh. Oh. Oh, verdammte Axt. Game over. Ach, scheiße. Mist. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus für dich. Du bist an den falschen Ort geflogen, Mann. Hab keine Wahl. Ich muss dich abschießen. Wie viele sind denn hier? Das ist doch viel zu viele. Ich will das denn schaffen. Unmöglich. Das ist voll mit denen. Das ist zu krass. Hab ich gar nicht. Erwischt. Draußen. Draußen kann ich besser kämpfen. Das ist doch komisch. Also, irgendwie müssen wir uns was anderes überlegen hier. Weil, das schaffen wir alles nicht. Was ist denn hier? Letcher Observatorium. Das nehmen wir erstmal ein. Wenn wir das hinkriegen. Obwohl, ich kann dir uns ja helfen. Hilf anbieten. Ich habe gehört, dass die ersten Wissenschaftler... Das besorge ich. Perfekt. Hier ist die Position einer Überwachungsstation aus der Zeit der ersten Expedition. Okay, das holen wir. Dann kannst du meinen Raumschiff wieder reparieren. Scheiße, ey, ne? Das war ja jetzt gar nicht. Also, jetzt ist es echt hier ein bisschen schwieriger. Wenn wir ein, zwei Level höher kommen. Machen wir erst mal ein paar Missionen. Wir können uns dann um die richtigen Sachen... Gucken wir mal. Und wenn wir die Mission machen... ...helfen wir auch dabei. Sie sind nah dran. Passen Sie auf, wenn Sie die Datenfestplatte aus der Verankerung lösen. Sie ist alt und zerbrechlich. Na, warte mal hier. Was ist denn hier? Das ist die Datenfestplatte, die wir suchen. Jetzt bringen Sie sie ganz vorsichtig zurück. Ich bin vorsichtig, wie es geht. Oh. Ein Trick. Wow, Sie sind tatsächlich zurück. Sagen Sie mir, dass Sie es haben. Alles, was ich mache, erledige ich zu 100%. Die Daten kommen gerade herein. Hier sind ein paar unglaubliche Aufzeichnungen über Atlas aus der Zeit vor der Legion. Vielleicht wird es hier eines Tages wieder so rein und natürlich, wie es einst war, dank Ihnen. Kein Problem. Super. Reden wir kurz mit Ihnen. Du kannst mal hier ein bisschen größer bauen. Schön, jetzt können wir weitersehen. Helfen Sie uns weiterhin. Ich bin sicher, wir können noch mehr für Sie tun. Das ist wunderschön, aber wir brauchen noch mehr. Da mache ich mir jetzt noch eine Nummer größer. Jetzt können wir von hier aus praktisch den ganzen Planeten überwachen. Gut für uns. Vielleicht für die. So, wenn wir uns in unsere Karte gucken, dann können wir natürlich auch ordentlich was sehen und können auch ordentlich was entdecken. Das machen wir auch alles und zwar beim nächsten Mal, denn ich hoffe, heute ist schon wieder Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. 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 bee gut ... Bis zum nächsten Mal.